Die Schausteller begrüßen ihre Gäste zum diesjährigen Herbstfestes hier auf dem tollen Festplatz Amorwiesenpark. Wir gehen hier gerade am Parkgeschäft mit Jusen Breakdance vorbei, wo man wirklich abends ganz tolle Effekte und tolle Musik sehen und hören kann. Hier haben wir natürlich auch was für die Kleinen dabei, die Märchen-Eisenbahn der Familie Kirchen aus Erfurt. Hier stehen wir vor dem Parkgeschäft für die Familie der Cortina Box, der Familie Sackt aus Gotha, das Festpunkt für die ganze Jugend in Gera. Hier stehen wir am Süßmarkengeschäft der Familie Rose aus Erfurt und wenn man genau hinguckt, sieht man, was hier entsteht. Ich denke, es sind Erdnüsse, richtig. Dieses Jahr haben wir auf unserem Volksfest das 55 Meter hohe Riesenrad, Autoscooter, Achterbahn, Breakdance, Kinderkarussells, ein Wasserlabyrinth und natürlich viele Geschäfte fürs leibliche Wohl. Wir sind auch dabei. Hallo, wir stehen hier vor Europas größtem Wasserlabyrinth. Aus Unerstand, die Familie Hoffmann ist angereist. Aquavillis heißt ja ganze Zeit und auf drei Etagen können Sie super viel Spaß erleben. Im Übrigen findet am Freitag, dem 24.10. unser traditioneller Fackel und Zug hier zum Festplatz statt. Nähere Infos kriegen Sie hier bei jedem Karussell, bei jedem Geschäft hier auf dem Herbstzeugfest in Gera. Und wem es immer noch nicht reicht, wird ganz einfach hier auf unserer Karussell-Neuheit Glipper. Und nicht vergessen, Mittwoch ist Familientag und am 31.10. das große Brillantfeuerwerk hier auf dem Festplatz am Hochwiesenpark zum Herbstzeugfest. Ich freue mich!